Ich habe gesehen, dass letzte Nacht über unseren Noah, er in einer wunderbaren Welt, habe ich ihn gesehen. Und es sah aber mehr aus wie eine zukünftige Welt, wie die Zukunft. Und ich sah ihn vor einer großen Menge laufen. Und hinter ihm waren viele, viele Millionen Leute. Und sie trugen eine große, sechs Fuß große Diamantstatue oder Diamantstatuen. Und hinter ihm die Leute, die Herzungen, gaben ein großes Gebrüll von sich, wie als hätten sie gewonnen. Und das heißt, er hat so viele Diamantsiege in seinem Leben geschafft, dass er nicht mehr selber in der Lage war, die zu tragen, sondern die Leute hinter ihm. Und das war, weil er für die Mission voll mit Disziplin, voller Motivation, voller Loyalität gegangen ist. Danke sehr, dass du zuhörst. Vielen Dank für den Bruder Noah. Also, gratuliere. Er hat eine sehr große, sehr gute Gesichtspunkte in der Zukunft. Ich habe seine Gesichtspunkte gesehen. Ja, und danke alle fürs Zuhören und vor allen Dingen Glückwünsche. Nur, dass er eine große Zukunft ist. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott ist so wunderschön. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dass er in einer sehr, sehr hoch vergangenrissen und er hat so weit erwartete heute Morgen so viel, was er geschafft hat. Was er sah, was er gemacht hat. Und das ist das gleich, was du sah. Ich schade. Ich war total shocked. Wauw. Really? This is amazing. Ja, ich will auch noch etwas erzählen, und zwar... Lass mir Noah mal ganz kurz noch was sagen. Ja, okay, gut. Okay, du kannst erst reden, sagt er. Ich habe letzte Nacht, ich wollte auch noch was erzählen, hat die Mahi gesagt, der Noah hat fast genau das gleiche gesehen, wie Prophet Atta war in einer hohen, goldenen Dimension, und das deckt sich total mit dem, was Prophet Atta hier erzählt hat, und das ist absolut unglaublich für sie. Ja, nur, es war nicht die goldene, sondern in einer ganz hohen, blauen Dimension war er. War keine goldene, sondern eine ganz hohe, blaue Dimension. Aber die, also was er gesehen hat, das ist so lang, ich glaube, wir werden das mal aufnehmen und das einfach bei WhatsApp reinstellen, weil das so interessant ist, und auch die Bedeutung hinterher, ja, ja, ist auf jeden Fall amazing, ne? Wie die Mitglieder untereinander auch Sachen sehen, also parallel fast. Ja, Atta braucht sowieso Videos. Kannst ihn dann gerne schicken, auch, damit er es bei sich auf YouTube machen kann. She said she will make a video of this experience, and then she will send it to you, Prophet Atta. Thank you, thank you so much for having Marian, thank you, thank you. God bless you. Und segne euch. Ja, wow, unglaublich. Das ist alles, das ist wichtig. Was ist dir denn in der Zwischenzeit der Gang, Moses? Ja, ich war, ich war halt, ich war halt in Berlin für die Mission, und ich war da halt auch verteilen, und die Leute dort, die waren auch sehr offen, sie haben teilweise auch mehr zugehört, ich hatte auch einen Mann getroffen, den hatte es sehr interessiert, denen habe ich das Buch gegeben, aber er wollte sich erst melden, wenn er das Buch angelesen hat, und, ja, Berlin ist eine große Stadt, hat viele Menschen bei sich gehabt, es war eine sehr lange Zeit und ich bin froh, wieder hier zu sein, und, ja, was kann ich noch sagen, die Leute dort waren auch, die haben das genommen, die waren erst verwundert auch, aber viele haben auch sich damit identifizieren können, was da auf der Broschüre stand. und im Endeffekt, glaube ich, war das ein, war das ein großer Erfolg für uns, ja, das, was da erreicht wurde, und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und was ich auch noch erzählen wollte, wir waren gestern verteilen, und wir haben wieder viele, viele Menschen getroffen, und wir hatten aber auch die Begegnung mit, wieder mit Christen, die sehr in ihren Glauben gebunden waren, und da ist mir aufgefallen, dass diese Menschen einfach oftmals sehr viel Streit suchen, und, dass wenn wir auf der Straße sind, wir diesen Leuten keine, nicht unbedingt, oder keine Beachtung schenken sollten, weil, das bringt nichts, diese Diskussion, die werden uns sowieso nicht zuhören, und ich wollte einfach nochmal allen sagen, einfach nochmal, weil aus der Erfahrung gestern, das bringt wirklich nichts, ich habe das, ich wollte auch nicht mit denen diskutieren, und trotzdem haben die fünf Minuten meiner Zeit gestohlen, ja, und die Zeit, die von so vielen anderen Sachen abhängt, die, wo so viele andere Menschen angesprochen hätten werden können, und deswegen immer auch im Kopf behalten, wo sind die Leute, die wirklich fruchtbares Land sind, und die auch potenziell zuhören und sich dafür interessieren, und solche Menschen haben kein Interesse, die wollen sowas nur bekämpfen, und das ist ganz wichtig, dass wir da einfach uns offen halten, und dass wir unseren Stolz runterschlucken, egal wie sehr die uns herausfordern, oder vielleicht auch beleidigen, oder was auch immer, sondern einfach wegzuschicken, oder wegzudrehen, einfach andere Fragen nicht beachten, ja, natürlich aufpassen, was sie machen, aber das ist, ich denke, einfach ganz wichtig, wir haben das, machen das jetzt schon viele Jahre, und es ist einfach, lasst uns nach den Leuten suchen, die Interesse an Gott haben, und nicht die Leute, die, nur mit uns reden, weil sie diskutieren wollen, das ist ganz wichtig, und, genau, aber trotzdem, ich merke auch, die Leute werden offener, vielleicht auch einfach die Erfahrung, die immer mehr kommt, und, dass da einfach mehr Leute hängen bleiben, auch mit unseren, mit unserer Weise, wie wir mit dem reden, die sagen ja immer erst eine Minute über Gott reden, wir wollen erst, ich sage ja immer, haben sie kurz eine Minute Zeit für Gott, und ich stelle dem das Thema kurz vor, und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Leute eher bereit sind, Kontakte auszutauschen, ja, und wenn man auch eine persönliche Beziehung aufbaut, deswegen auch immer gerne die Nummern von den Leuten aufnehmen, und die kontaktieren, weil von selber ist es immer schwerer für die Leute, auf uns zuzukommen, deswegen müssen wir auch auf sie zukommen, und deswegen ist auch immer ganz wichtig, die Leute anzusprechen, sich denen den Weg zu stellen und zu sagen, dass sie einem Beachtung schenken müssen, und dass sie dann einfach sagen, ja, wir haben dich gesehen und wir wollen mehr über dich erfahren, das ist ganz, ganz wichtig, und das ist mir auch immer wieder aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, dass ich, wenn jemand im Vorbeigehen eigentlich einen Flyer nehmen möchte, dass ich den Flyer festhalte und sage, das ist ein neues Wissen von Gott, und dann werden die erst richtig aufmerksam, vorher nicht, sonst hätten sie eine Tonne geschmissen. Ja, richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. 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 Ah ja, darf ich nochmal daran erinnern, dass wir heute eine Weltfamilie treffen haben und dass es schön wäre, wenn wir zeitiger als letzte Woche das Meeting hier beenden. Sie sagen, wir haben heute eine Weltfamilie treffen und das werden wir pünktlich um 12 Uhr Ja, wenn es fünf nach zwölf ist, ist auch nicht schlimm. Okay. 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 Prophet Moses, welcome back. Hello, Prophet Asim, how are you? No, I'm not a Prophet, please don't call me that. Hello, Brother Asim, brother, not Prophet. Sorry. Thank you so much. Thank you so much. Who is Prophet? No, I said accidentally, I meant brother. Okay. So, there's one question. Es gibt da eine Frage, die ich überall von all meinen Mitgliedern auf der Welt höre, that we are serving God very long to that, wo Sie sagen, wir dienen Gott auch sehr lange, but God don't come to us. Oder andere sagen wiederum, ich bin selber nie in der leistigen Welt geflogen. Ich habe nie diese Paradiese gesehen. Others say, I see dream, but I forget. Andere sagen, ich sehe Träume, aber ich vergesse sie wieder. Und wieder andere sind in der Mission, aber sie sind nur in der Mission, um ihre sozialen Probleme zu lösen. Und andere wiederum dienen Gott, aber sie haben eine gemischte Motivation, und zwar ihre eigenen Projekte in die Mission zu etablieren. Es gibt also Millionen von verschiedenen Motivationen, aber warum kommt Gott nicht in unser Leben? Und andere wiederum sagen, wir machen Geschäfte und der Zweck des Messias ist, ist, hier, der Prophet soll Gott fragen, er hat auch eine Hotline mit ihm, wie unsere Geschäfte laufen werden, wie unsere Partnerschaften funktionieren werden. Und es gibt Probleme über Probleme über Probleme. Und der Messias muss all diese relativen Dinge lösen. Auf der anderen Seite wiederum, sucht Gott beziehungsweise die Engel für viele tausend von Jahren für einen Messias. Wenn Gott die Himmel und die Engel nach einem Messias suchen, haben sie nichts in ihrem Verstand und in ihrem Herzen, sondern nur eine Sache, wie man der Menschheit Erlösung geben kann. Gott und die Engel sind nicht damit beschäftigt, eure sozialen Probleme zu lösen. Sie sind nicht damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie eure Geschäfte funktionieren. Und warum nicht? Weil Gott, die Himmel und die Engel sehen, dass im Königreich Gottes diese Probleme nicht mehr existieren. die Fragen, was werden wir essen, was werden wir trinken, was sind Partner Probleme, Job Probleme, all diese Sachen, die existieren dann nicht mehr. Weiß Gott das? Ja, natürlich. Wissen die Himmel das? Ja. Wissen das die Engel? Ja. Denn im Königreich Gottes ist kein einzelner Ort, wo ihr euch niederlasst, seid, sondern ihr seid immer und immer weiter in Bewegung. Das Königreich Gottes ist so, dass ihr heute in einer Dimension seid und morgen schon wieder irgendwo anders und nach einer bestimmten Zeit nimmt euch die Zeit wieder woanders hin. Und nach einer bestimmten Zeit ist die Zukunft wieder nicht die gleiche. Die nimmt euch wiederum woanders sind. Das heißt, euer Schicksal Destination, oder? Was ist das Schicksal und die Zukunft? Habt ihr darüber jemals nachgedacht? Könnt ihr sagen, dass die Zukunft in eurer Hand ist? Könnt ihr das sagen? Könnt ihr sagen, dass euer Schicksal in eurer Hand ist? Nein, das könnt ihr nicht sagen. Aber wenn ihr auf der Reise seid, dann eine Person ist, und es eine Person gibt, die eure Zukunft und eure Bestimmung ändern kann, Schicksal und eure Zukunft. Das habe ich doch gesagt. Ich habe erst Zukunft gesagt und dann Schicksal. Wer ist diese Person? ihr selber seid ihr selber das? Wenn ihr in einem Flugzeug sitzt, fliegt das Flugzeug euch oder tragt ihr das Flugzeug auf euren Schultern? Hier gibt es so viele intelligente Leute, die hier sitzen, die würden sagen, wir tragen das Flugzeug auf unseren Schultern. Mit solchen Leuten kann ich nicht argumentieren. Das heißt, diese Reise mit Gott in der ändert sich eure Zukunft und gleichzeitig ändert das auch euer Schicksal. Angenommen, ihr hättet die Liebe oder das Licht Gottes, und ihr durchquert dann Milliarden von Dimensionen. Wie ich dich erinnern wird, aber erst du hörst, dann du sprichst. Wie wir sich erinnern mit anderen ? Weil eine Billion Dimension cross wie werden wir uns wieder erkennen, wenn ihr Milliarden von Dimensionen durchreist? Und gleichzeitig sich Millionen von Schicksalen ändern. Was die Zeit in der Vergangenheit war, ist sie nicht mehr in der Zukunft. Und was in der Zukunft sein wird, wird wieder etwas anderes sein. Wie werde ich euch dann erkennen? Euer Gesicht wird sich ändern, eure Form wird sich ändern und alles andere wird sich ändern. Wie werde ich euch also dann erkennen, dass ich sagen kann, ach, das war Wolfgang, oder ich sage, ach, das war Julian. Wie werde ich euch dann erkennen? habt ihr jemals darüber nachgedacht? Ihr braucht dafür euren Verstand nicht anzustrengen, denn dafür ist der Messias hier. Ihr braucht so viel nachzudenken, denn ihr setzt dir alles auf meine Schulter nach. Ich bin der der ich bin der jenige, der über euch nachdenkt, wenn ich auf Toilette bin, wenn ich esse, wenn ich Bücher schreibe, was auch immer ich tue. Es ist meine Aufgabe, meine, ja, meine Aufgabe, über euch nachzudenken, wie ihr Zukunft gestalten wird. Und was ist eure Welt? Wenn ihr Geschäfte macht, dann macht ihr Geschäfte. Wenn ihr soziale Probleme habt, dann seid ihr in sozialen Problemen. Was auch immer ihr tut, ihr seid damit beschäftigt. Und nach all diesem Kram, wenn ihr dann zum Sonntags Gottesdienst kommt, dann sitzt ihr hier wie ein Heiliger. Sieben Tage seid ihr nicht hier, aber zwei Stunden seid ihr dann hier und für euch ist das schon genug. Und dann schließt sich der Laden wieder. und ihr seid so gesehen Brüder der Christen. Sonntag ein bisschen offen sein und dann sechs Tage soll Gott wieder im Urlaub sein. Und sechs Tage später seid ihr für zwei Stunden wieder da wie ein Heiliger Mann und macht eure Kleidung sauber ihr kehrt den ganzen Staub von euch ihr macht eure Krawatte tie richtig so wie die Christen hat Gott euch so erschaffen ist das die Weise wie Gott euch erschaffen wird als Gott euch erschaffen hat hat er euch dann mit einer Milliarden Prozent Konzentration erschaffen oder nur mit einem Prozent bitte antwortet mit einer hohen Prozent Prozent oder einer Milliarden Prozent eine Milliarden eine Milliarden aber warum gibt ihr dann nur zu besonderen Anlässen Zeit für Gott in my life when I was heavy many girlfriends I was talking but I was consultation about God in meinem Leben hatte ich viele Freundinnen aber ich habe mich immer darauf konzentriert wie kann ich diese Person zu Gott bringen wenn I was doing job I was thinking how I influence this people and as ich irgendein job nachgegangen bin habe ich darüber nachgedacht wie kann ich diese Leute beeinflussen um sie zu Gott zu bringen when I was in toilet war I was dreaming for the kingdom of God habe ich am Tag habe ich über Gott nachgedacht und alles andere das habe ich nur oberflächlich gemacht aber mein innerer Wert der war mit Gott lasst mich nochmal zurück gehen denn ich möchte dieses Thema nicht vergessen nach Milliarden von Jahren wenn ihr verschiedene Milliarden von Dimensionen durchreist so viele Milliarden Schicksale sich ändern wie werde ich euch dann wieder erkennen und so viele Zukunft ihr durchreist wie werde ich euch dann wieder erkennen euer Gesicht wird anders sein alles an euch wird anders sein er hat gesagt telepathically nein wie werde ich euch wieder erkennen eine Sache wird immer gleich in euch bleiben an der Liebe die wir in diesem Leben zu Gott entwickelt haben oder wie wir uns für das Licht Gottes entwickelt haben in our love how we developed in God yeah innerhalb einer Minute springst du auf die Liebe drauf ich habe auch vom Licht gesprochen was wir in unserem Geist entwickelt haben oder wir sprechen über Telepathie Rufid Atta was sagst du vielleicht an der Stimme sehr gut eure Stimme wird immer sagen wer ihr seid ihr werdet durch die Stimme herausfinden wer das ist so hat das Gott auch gesagt ich sagte Gott du bist jedes Mal neu und ich werde auch neu sein es wird viele Bestimmungen geben viele Zukunft Gott wie werde ich dich erkennen und Gott sagte du wirst mich durch meine Stimme erkennen meine Stimme wird sich nie ändern so gib noch mal krass noch einmal vom Prophet Atta deswegen nennen wir sie Prophet Asim your voice is very I cannot understand what you're saying I don't know what he said but we go good wir machen trotzdem weiter jetzt voice an der Stimme erkennen wir also diese Person Milliarden von Bestimmungen sind vorbei Schicksal Milliarden von Zukunften die durchreist und durchquert werden über Zeit weg aber wenn Atta zum Beispiel sprechen wird dann werde ich sagen ich kenne diese Person wenn ich Atta anschauen werde dann wird sich sein Gesicht ändern es wird nicht das gleiche Gesicht sein ich werde sagen bist du Atta und er sagt ja und ich werde sagen bist du Gott und es ist total egal wo immer ich auch zu jedem Zeitpunkt ihn treffen werde Gott Gott wird wahrscheinlich zahllose verschiedene viele Formen haben aber wenn ich seine Stimme höre dann werde ich sagen bist du nicht Gott und er wird sagen ja der bin ich vergesst das nicht jetzt ihr könnt ihr könnt Früchte essen und ihr benutzt euer Gehirn zuerst für andere Probleme die Frage ist jetzt warum trifft Gott den einen sehr schnell und den anderen den trifft er nie da muss es doch eine Brücke geben die hier gebrochen wurde als Gott also uns erschaffen hat war er nur für euch da er war nicht da für euren Job und für eure Aktivitäten und für andere Sachen daran ist er nicht interessiert Gott hat euch erschaffen mit einer Milliarden Prozent ganzer Konzentration und zwar dass dieser Geist ich möchte dass dieser Geist so wie ich wird hat Gott gesagt die Weise wie ich nach meinen Kindern mich sehne ist auch die Weise wie diese Kinder über mich denken werden ja nicht dass meine Kinder nur teilweise an mich denken werden ja wie ein zwei Stunden Job oder wie ein drei Stunden Job und dann Gott wieder vergessen Gott möchte in euren Gedanken leben nur für eine Stunde also ein acht Stunden Job nein er möchte 24 Stunden am Tag mit euch leben in euren Gedanken immer weiter Gott Gott möchte Gott möchte ich muss noch etwas aufschreiben eine Frage ja es ist nicht funktionier hier hier ich habe hier nicht nicht zwei Stunden nicht drei Stunden wir sollten die ganze Zeit über was nachdenken Unser universelles Bewusstsein sollte so sein dass es sich immer in Bewegung befindet Habt ihr die Wolken gesehen? Sie sind immer in Bewegung Unser universelles Bewusstsein sollte wie die Wolken immer in Bewegung sein und an Gott denken Denken nicht sich an Gott erinnern Denken hat was mit dem Verstand zu tun Wenn ich sage ich denke über dich Dann ist das auch Liebe Aber wahres Denken Aber wenn ich sage ich erinnere mich an dich Dann ist das wie ein verschwundener Punkt Ich habe mich lange Zeit an dich vermisst Ich habe dich nicht gesehen Ich habe dich nicht gesehen Und das ist der Unterschied Ich erinnere mich an dich Ich möchte diese Zeit wieder haben Das ist der Unterschied Das Licht eures Gewissens Ist wie eine Taschenlampe Wenn diese Taschenlampe stark ist Dann kann es die Sterne übersteigen durchqueren Wenn also euer Gewissen alles über Gott wissen möchte Dann durchquert euer Geist euer Licht die Welt der Engel die Welt der Himmel und knopft an die Tür Gottes Und dann kommen die Engel zu euch Die Himmel kommt zu euch Gott kommt zu euch Denn die Engel sind überrascht Sie sagen Von wo kommt dieses Licht Dann suchen sie Und dann finden sie heraus Und sie sagen Es gibt einen Menschen der denkt darüber nach all das kennenzulernen All die versteckten Wahrheiten über Gott kennenzulernen Er möchte zu Gott gehören Und so kommen dann die Engel auch zu dieser Person Die Himmel Denn auch die Himmel wundern sich Von woher kommt dieses Licht Und sie kommen dann herunter Und sie sehen wie jemand im Wald sitzt Er hat kein anderes Geschäft Sondern er möchte einfach nur Gott kennenlernen Und die Himmel sagen So weit ist sein Licht zu uns gekommen Dann kommen auch die Himmel zu euch Das Gleiche mit Gott Über Gott zu wissen Dass nichts anderes mal übrig bleibt Gott reist in der Ewigkeit in irgendeiner anderen Ewigkeit Und auf einmal kommt ein Licht So wie eine Lichthupe von einem anderen Auto So wenn ihr als wenn ihr nicht euer Abblendlicht sondern euer starkes Licht anmacht Und wenn dieses Licht Gott trifft Dann sagt Gott Ach, wer ist das? Diese Lichthupe Der ihm diese Lichthupe gibt Das ist kein normales Licht Das ist ein starkes Licht Und dann schaut Gott runter Und er sagt Es gibt also jemanden der alles über mich wissen möchte Und so kommt er dann Gott Er nimmt euch ins Paradies Er nimmt euch in die Himmel Und Gott nimmt euch dann in andere Ewigkeiten Und jetzt denkt mal über den normalen Menschen Wenn er über soziale Probleme redet Dann ist er nur mit seinen sozialen Problemen beschäftigt Wenn er über seinen Partner redet Ist er nur beschäftigt mit seinem Partner Sage ich das richtig oder falsch? Wenn er Geschäfte macht Dann ist er nur beschäftigt mit seinen Geschäften Wenn er seinen McDonalds isst Dann ist er nur McDonalds Gott ist nicht da In diesem Fall Sein Licht ist also nicht in der Lage Und selbst wenn diese Person viel Licht hat Auch wenn die Person gar kein Licht hat Wie wird es dann das Paradies Zu Himmel oder zu Gott gelangen? Sie werden also nicht herausfinden Denn wer ist er? Denn dieses bewusste Licht Dieses Licht des Gewissens Das geht nicht so weit dann Versteht ihr mich? Und das gleiche mit den Emotionen Jedes Herz Und ich rede hier über jedes Herz Egal ob es jetzt das von der menschlichen Schöpfung ist Das von der Djinn-Schöpfung Das von Milliarden verschiedener anderer Schöpfungen Oder den zahllosen anderen Schöpfungen Jede Schöpfung Jedes einzelne Wesen Da schaut Gott mit Augenmerk drauf In sein Herz Und schaut mit Augenmerk in sein Herz rein Und schaut was dort vor sich geht Es gibt so viele Komplikationen Es gibt so viele Komplikationen So viele horizontale Probleme Es sind gefüllt mit Problemen Mit Dunkelheit Und Gott schaut in jedes Herz individuell Gott wird kommen Wird Gott kommen, wenn das dort vorherrscht? Gott hat einmal vor mir erwähnt Dass das Licht eures Herzens Er sagt, ich habe auch in euer Herz geschaut In mein Herz hat er geschaut Von Zahid Und dort hat Gott gesagt Ich habe gesehen, dass viele Schöpfungen existiert haben In deinem Herzen Und ich war schockiert Sagte Gott Ich habe die Schöpfung erschaffen Aber wer ist das, der seine eigene Schöpfung hier erschafft? Und jede Schöpfung ist eine Schöpfung der Liebe bei dir Für mich Für mich Hat Gott gesagt Dieses Herz muss ich besuchen Er erschafft seine eigene Schöpfung Und ich dachte, ich wäre der Schöpfung der Liebe Ich habe die Himmel erschaffen Und er erschafft solche Schöpfungen, die in Liebe mit mir sind Lasst uns also gehen und sein Herz besuchen Gott sagte zu den Himmeln, lasst uns also gehen Und auch zu den Engeln Er sagt, wir alle gehen dorthin Bevor sie also in mein Herz kommen wollen Haben sie gesehen, dass viele Ewigkeiten dort existieren Und die Himmel und die Engel sagten Gott, da existieren so viele Ewigkeiten Wenn wir dort reingehen Was wird passieren, wenn wir uns in diesen Bereichen verlieren? Und Gott sagte, ich weiß es nicht Und als sie diese Antwort gehört haben Von Gott Sagte der Himmel Und die Engel Dann ist es besser, wenn du gehst und wir warten draußen Wenn selbst du nicht weißt, wie man rauskommt Du bist der Schöpfer Und du sagst, du weißt es nicht Dann nein, danke, besser du gehst Wenn du wieder rauskommst Dann denken wir darüber Also du bitte zuerst Gott sagte, ich bin sehr mystisch Und seine Schöpfung machte mich mystisch Gott sagte, seine Schöpfung von Sahid machte mich mystisch Deswegen ist es besser, ich springe rein Und wenn ich nicht heraufkomme Interessiert mich das nicht Und so sagte der himmlische Vater Er sprang im Namen der Liebe Und Gott verlor seinen Weg Denn wieder und wieder war eine andere Schöpfung Andere Schöpfung der Liebe dort Denn Gott wusste nicht, wie er herauskommen soll Der Schöpfer Weiß nicht, wie er aus diesem Herzen herauskommen soll Wie oft habe ich gesagt, ein Herz Und wie viele Fenster sind in diesem Herzen Wie viele Fenster sind dort Bitte tut mir einen Gefallen Wenn ihr wisst, dass ihr sonntags zu Zoom kommt Bitte fangt früher an zu schlafen Damit ihr für diese zwei Stunden Konzentration habt Das ist mein Ratschlag an euch Nicht, dass ihr zwei, drei Uhr nachts noch beschäftigt seid Und dann in Zoom euren Schlaf abhaken wollt Bitte Das sage ich auch meinen Kindern Ich sage ihnen, wenn ihr wisst, dass sonntags Zoom ist Dann müsst ihr auch ein bisschen früher Zeit ins Bett gehen Für morgen Angenommen, Gott kommt zu euch in der Morgenzeit Werdet ihr dann quatschen bis drei Uhr nachts Mit irgendjemand anderem Selbst wenn der Bundeskanzler morgens Zeug kommt Dann wollt ihr euch die ganze Nacht vorbereiten Ihr sagt, der Bundeskanzler kommt Und jeden Sonntag möchte Gott kommen Und ihr wollt euren Schlaf in Zoom verrichten Und das gleiche, wenn wir im Seminar sind Bitte fangt früh an zu schlafen Damit ihr konzentriert seid in der Morgenzeit, wenn ich zu euch spreche Denn das ist eines der Probleme Ihr vergesst das so viele Male Es kommt hier rein, hier raus Hier rein, hier raus Euer Verstand ist nicht da Euer Herz ist nicht da Und das tut mir sehr leid Das Herz hat unzählige Fenster Hast du gesagt He said Ognus said you told that heart has countless windows Wenn die Fenster zahllos sind Da hat Gott gesagt Deine Schöpfungen, deine Liebeschöpfungen waren auch zahllos Ich konnte nicht herauskommen Und dann habe ich Gott die Frage gestellt Wie kamst du denn heraus? Gott sagte Die Welle deiner Stimme, die hat mich wieder herausgebracht Wenn ihr an diesem Punkt kommt Wird Gott euch jeden Tag besuchen Selbst wenn ihr zu Gott sagt Bitte Gott Heute nicht Komm heute nicht Ich bin müde Aber Gott wird sagen Es interessiert mich nicht, ob du müde bist Ich liebe, ich möchte gerne kommen Und ich sage dann Aber Gott, ich schließe meine Tür Und Gott sagt dann Dann komme ich durchs Fenster Das Fenster werdet ihr manchmal aufmachen Und dann mache ich das Fenster zu Und dann kommt Gott vom Dach Weil im Dach ist ein Loch Und dort wird er eintauchen Ihr wollt nicht, dass Gott kommt Aber warum? Denn jetzt gehört jeder Gedanke zu Gott Jede Erinnerung gehört zu Gott Euer Licht des Gewissens Sehnt sich nach eurem Vater Euer Herz Dort sind so viele wunderschöne Schöpfungen Ob ihr sie wollt Oder ob ihr sie nicht wollt Gott wird trotzdem kommen Und so sagt auch der himmlische Vater Die Welle deiner Stimme Hat mich herausgebracht Wie kann die Welle meiner Stimme Gott herausbringen Gott sagte Du bist zu mir im Himmel gereist Um meine Welt Um meine Schöpfung in der Liebe zu sehen Und in diesem Moment habe ich meinen Weg wieder herausgefunden Seht ihr das? Und deshalb Suchen viele Menschen Suchen viele Menschen ihr ganzes Leben nach Gott Aber Gott kommt nicht Und viele Bringen ihre Schlüssel alle zusammen Und denken über mich Denken über diese Schlüssel Sagen Ich denke über dich Ich erinnere mich an dich Mein Leben ist leer ohne dich Ich möchte alles wissen Ihr erschafft eure wunderschönen Liebesdimensionen Und in diesem Fall kommt er in zwei Wochen Die Frage ist Ob ihr all diese Schlüssel In einen Treffpunkt stecken könnt Könnt ihr das schaffen? Wenn diese Schlüssel In einer Woche alle zusammen sind Dann wird Gott auch kommen Dafür gebe ich euch die Garantie Wenn er nicht kommt Wenn er nicht kommt Dann könnt ihr zu mir kommen Und sagen In einer Woche waren alle meine Schlüssel In einem Treffpunkt Mein wahres Denken war an Gott Ich erinnere mich an Gott Und mich an Gott zu erinnern Da habe ich mich selber drin verloren Diese verschwundenen Momente Diese verschwundenen Momente Die waren überwältigend Mein Gewissen hat sich Überall in der ganzen Ewigkeit ausgebreitet Um meinen Schöpfer auf tiefste Weise kennenzulernen Und ich habe so viele Schöpfungen In der Liebe erschaffen Manchmal sagen wir Dass die horizontale Liebe kommt Und meine Welt besucht Seht ihr das? Gott wird zu euch kommen Und das ist der Unterschied Eine Person sucht ihr ganzes Leben Aber sein Denken ist nicht die ganze Zeit in Gott Seine Erinnerung Vermisst nicht die ganze Zeit Gott Er sehnt sich nicht wie der Wind in der Ewigkeit Der seinen Schöpfer kennenlernen möchte Sein Herz ist beschäftigt mit vielen anderen Knäulen und Dingen Sein ganzes Leben kommt Gott nicht zu ihm Diese Leute denken Gott sei blind Denke ich ja Dass Gott blind sei Dass Gott sie nicht sehen kann Dass Gott nicht hören kann Dass Gott nicht fühlen kann Und deshalb Der eine Fehler Den Luzfer gemacht hat Den größten Fehler Den er gemacht hat Er sagte Ich habe jetzt die ganze Wahrheit Jetzt werde ich Gott auf meinen eigenen Wegen finden Und das war der größte Fehler Anstatt Gott zu finden Hat er sein Licht verloren Solche Macho Leute findet ihr in der esoterischen Richtung Die sagen Ich werde ihn finden Ich habe die Wahrheit Ich habe all deine Bücher gelesen Jetzt lass mich meine Wege gehen Und so war auch Karl Marx Karl Marx hat gesagt Als er seinen Brief an seine Freunde geschrieben hat Er war der Sohn eines jüdischen Richters Zuerst einmal war er nicht an Gott interessiert Er hat die Bibel studiert Den Koran Und auch andere religiöse Bücher Den Hinduismus Den Hinduismus All das hat er studiert Und er sagte Das ist jetzt genug Jetzt werde ich meine eigenen Wege gehen 17 Jahre sind vorbei Und Gott kam nicht in sein Leben Sein Stolz war dort Seine arroganze Natur war dort Er wollte Gott auf seine eigenen Wege treffen Er hat sich danach gesehen Er hat gesagt Ich habe so viel Mühe reingemisst Gott muss jetzt kommen Aber Gott muss nicht kommen Gott muss gar nichts Gott lässt die Engelschöpfung Milliarden und Milliarden Jahre warten Diese wunderschöne Schöpfung Besucht er nicht einmal Gott lässt die vertikalen Himmel Besucht er vielleicht einmal Und dann komponieren die Himmel Musik Und erinnern sich an diese fehlenden Momente Und sagen Vielleicht noch einmal Gott wird uns besuchen Als ich in die Himmel gegangen bin Und Wenn ich sterbe Als ich gestorben bin Haben all die Himmel ihre Liebe ausgedrückt Ich bin nicht müde Ich bin sehr einfach Ich bin sehr einfach Ich bin sehr einfach Wir müssen sich tatsächlich Was ist das Was ist das Was ist das Du hast dich auch mal verstanden Nein Ich bin sehr einfach Nein Ich bin sehr einfach Ich bin sehr einfach Lass ihn kommen Und er wird sprechen So wenn ich sterbe Und als ich gestorben bin Billionen von Himmeln Sind Milliarden von Himmeln Haben angefangen Ihre Liebe und ihre Solidarität zu zeigen So als hätten sie nie jemand anderen geliebt Sondern nur mich Und ich möchte herausfinden Wieso Und ich habe später herausgefunden Dass sie sich nicht für mich interessiert haben Seht ihr das? Sie haben sich nicht interessiert für mich Sie haben sich dafür interessiert Ob Zahe ein Einwohner ihrer Himmel ist Denn dann Wenn er das ist Wird Gott diesen Himmel besuchen Seht ihr das? Wer hat über mich nachgedacht? Wer hat sich für mich interessiert? Selbst die Himmel interessieren sich nicht mehr für mich Sie sagen Gott hat ihn viele Male getroffen Und wenn er in unseren Himmel ist Wird Gott auch viele Male in unsere Himmel kommen Wer ist also unser Wert am Ende? Die Himmel oder Gott? Sagt es mir Wer gibt euch diesen Wert Dass die Himmel euch lieben wollen? Gott Der Himmel liebt nicht euch Die Engel können es nicht mal aushalten Dass sie neben ihnen steht Dass sie dann euren Geruch wahrnehmen Wenn die Engel euch treffen Haben sie eine unsichtbare Wand zwischen euch Da gibt es eine unsichtbare Wand Die ihr nicht sehen könnt Sie wollen nicht euren Atem haben Und ich weiß meinen Wert 45 Jahre lang Als ich auf dieser Reise war Als ich in der Engelschöpfung war Wisst ihr, was sie gesagt haben? Was macht er hier? Was macht er hier? Und als ich in den Himmel ging Waren sie schockiert Sie haben sich gegenseitig angeschaut Warum ist diese menschliche Ratte hier? Denn diese Ratte war in einem Ball von Gottes Licht Bis ich in Gottes Lichtball war Haben sie mich geküsst Aber als ich diesen Ball geöffnet habe Haben sie gefragt Hä, wie hat er diesen kristallblauen Lichtball geklaut? Hä? Selbst die Engel können nicht in unsere Schöpfung Was sage ich also? Kamen die Engel zu euch? Achso, ich habe keinen Ball geöffnet Interessieren sich die Engel für euch? Das frage ich euch Interessiert sich Lucifer für euch? Nein Interessiert sich das Böse für euch? Interessieren sich die mittleren Dimensionen für euch? Interessieren sich die Heiligen für euch? Die treten euch in den Hintergrund Wenn ihr in ihre Dimension kommt Die Engel schließen ihre Nasen Wenn ihr ihre Bereiche betretet Ihr habt ein wunderschönen Palast Aber von außen kommt ein Krimineller Werdet ihr dann eure Tür für ihn öffnen? Wer wird die Türen für euch in den zahllosen vielen Himmeln In den zahllosen vielen Dimensionen für euch öffnen? Nein Wer interessiert sich für euch? Wer interessiert sich für euch in all diesen zahllosen Schöpfungen? Keiner Nur einer Und das ist unser Schöpfer Warum sollten wir Gott also nicht lieben? 24 Stunden am Tag Warum sollten wir im wahren Denken nicht die ganze Zeit an unseren Vater denken? Warum sollten wir unsere Erinnerung nicht um Gott bewegen? Warum sollten wir nicht so weit an Gott denken, dass wir selber nicht mehr existieren? Warum sollten wir nicht so viele wunderschöne himmlische Dimensionen Erschaffen, dass Gott uns dann auch besucht Niemand interessiert sich für euch Nicht euer Partner Nicht eure Kinder Denen ihr euer Leben gebt Nicht euer Partner Dem Partner habt ihr heute Morgen gehört er wieder zu jemand anderem Niemand Tante Verwandte Or Who you give so much time Niemand Eurer Tanten und Verwandten gehört zu euch Engel Die Engel Die Die Million Kilometer Distance They don't want nothing to do Wir haben einen Abstand von Milliarden von Kilometern zu euch Wer gab euch diesen Wert in dieses Lied, dass sich all diese Schöpfung an euch erinnert? Wer hat diese Musik für euch komponiert? Die Engel Euer Partner Eure Kinder Die Himmel Niemand hat das erschaffen Das war Gott Der diesen Wert gebracht hat, dass ihr zu einer einzigartigen Person in dieser ganzen Schöpfung werdet Und dafür habt ihr nie Zeit Euer Denken geht irgendwo anders hin Und eure Erinnerung ist für jemand anderen Und ihr wollt jemand anderen kennenlernen In eurem Herzen habt ihr Liebe viel horizontal für jemand anderen Und dann sagt ihr Dankeschön Und dann sagt ihr Warum kommt Gott nicht und besucht uns? Die Antwort habt ihr sie bekommen? Oder soll ich mich noch mal einen Vortrag geben? Ich kann diesen Vortrag wieder zwei Stunden halten Denn das ist meine Profession Das ist mein Beruf Der Tag an dem ihr das von mir wegnehmen werdet Werde ich sterben Ich habe herausgefunden Dass wenn ihr meinen Beruf von mir wegnehmt, dass ich sterben werde Wenn ihr das wegnehmt Über Gott spricht Über Gott zu sprechen Dann werde ich sterben Ihr braucht mich nicht töten Ihr braucht mich nicht zu erschießen Ihr macht mich einfach nur beschäftigt in eurer Welt Und dann werde ich sterben Ladet mich einfach in eure Welt ein Und Stück für Stück werde ich dann sterben Elisabeth hat gesagt, ich soll zur richtigen Zeit aufhören Eigentlich war da noch was mehr, aber ich beende das hier Und jetzt könnt ihr Fragen und Antworten geben Nur dieser Vortrag Wenn ihr den in euer Herz stampeln könnt Heute ist Sonntag Und ihr werdet Gott am Donnerstag dann bereits treffen So wie als wenn ihr ein Produkt verkauft Geben sie euch zwei Jahre eine Garantie Ja, wichtig Und ich gebe euch hundert Jahre die Garantie Nehmt diesen Vortrag Und erinnert Euch an all diese Vorträge Und dann werdet ihr am Donnerstag Gott treffen Wie einfach das ist, Gott zu treffen Und dann sagt er, ich kann Gott nicht treffen Oh, schaut ihn an Er hat Gott getroffen Das ist nur eine Woche mehr Und Gott nennt ihn Und Gott ruft ihn mit dem Handy an Es gibt ein Mitglied Er ist neu Und Gott hat angefangen, ihn mit dem Handy anzurufen Und Gott ruft ihn an Und ganz ehrlich Gott hat mir auch ein Handy gegeben Und ich sage euch das ohne Spaß zu machen, sage ich das euch Dieses Handy ist so kristallblau Wenn ihr es irgendwo hinlegt, dann leuchtet es durch die ganze Ewigkeit Und da ist nur eine Nummer drauf Manchmal ist es passiert, dass ich aus Versehen drauf gedrückt habe Und auf der anderen Seite kam dann, ich bin Gott, mein Sohn, was ist passiert? Und ich habe gesagt, sorry Gott, ich habe den falschen Knopf gedrückt Gott sagte, okay Gott ist ein sehr lieblicher Gott Er wird euer Lied vollenden Euer Lied Der Liebe Er wird eure Liebe vollenden Er wird eure Reise vollenden Er wird euch in so viele Zukunften bringen So viel Zeit wird vorbeigehen So viele Bestimmungen werden sich verändern Was sollen wir also sagen? Weil wir sagen nicht wie die Muslime Allahu Akbar Aber wir sagen Gott ist groß Und das ist es, wenn wir sagen, Gott ist groß Aber die Muslime verstehen das anders Sie sagen, wenn ich jemanden töte Dann gehe ich ins Paradies Wenn ich sieben Leute töte Dann geht meine Familie auch ins Paradies Und wenn ich 20 Juden töte Meine Tanten und Verwandten auch alle ins Paradies Sie missbrauchen den Namen Allahu Akbar Erst lernen wir den Wert kennen Und dann sagen wir, Gott ist großartig Seht ihr, das ist ein Unterschied Sie sagen Allahu Akbar Wir sagen Allahu Akbar Aber was ist der Unterschied? Da ist ein großer Unterschied Gott zu entdecken, da sagen wir, Gott ist groß Sie aber bringen Leute um Und sie sagen, Gott ist groß Stellt euch vor Ihr habt ein Baby Und dieses Baby kam aus Liebe aus euch Und jemand tötet dieses Baby Wie werdet ihr euch fühlen? Gott hat diese Kinder aus Liebe erschaffen Und im Namen Allahs tötet ihr sie Wie fühlt sich Gott? Ein gebrochenes Herz Ihr könnt mir also jetzt Fragen stellen Wir werden zur richtigen Zeit aufwarten Okay Ja, Prophet Atta Jesus, I have no question I just wanted to say While you were very mystic In the love of God Like five minutes ago I saw the most biggest and beautiful heaven Just pass behind you Bigger than the whole universe That was the biggest vision I have ever seen That was so beautiful I was just speechless Wow Ich habe gesehen, Prophet Khan Während du mystisch über Gott geredet hast Ist der größte und schönste Himmel in einer Vision Vor dir, vor meinen Augen Geflogene Und solch einen großen Himmel habe ich nie gesehen Grace to God Großartigkeit zu Gott Manche Augen sind geistig offen Danke Gott Dank Gott Dankeschön Ich habe auch eine Frage Und zwar Wenn wir uns an Gott erinnern sollen Sollen wir uns in Dankbarkeit erinnern Oder in Liebe In welchen In which form should we remember God In thankfulness In love In sadness Which mode In welcher Art In welcher Form Sollen wir uns An Gott erinnern In Dankbarkeit In Liebe In Traurigkeit In welchem Modus Sollen wir uns an ihn erinnern Wenn ich an Gott Wenn ich an Gott in Dankbarkeit denke Dann werde ich wie ein Baby Das die Mutter ergreift Und das Milch der Mutter trinkt Wenn ich an Gott im wahren Denken denke Dann vergesse ich mich selber Wenn ich mich an Gott erinnere Dann durchreise ich viele Himmeln Und weiß nicht mehr wer ich bin Wenn ich mein wunderschönes Gewissen mitnehme Und dieses Licht durchgeht Dann geht meine Mein Licht der Liebe durch Und klopft an die Tür Gottes Wenn meine wunderschöne Schöpfung der Liebe Sagt Ich bin mit Gott Dann bin ich mit Gott Das kommt also dran Wie ihr an Gott denkt Wenn ihr Dankbarkeit an Gott denkt Dann kommt ein anderes Ergebnis Wenn ihr im wahren Denken an Gott denkt Dann kommt wieder ein anderes Ergebnis Wenn ihr im universellen Bewusstsein an Gott denkt Seid ihr nicht mehr da Sondern ihr habt euch in vielen Himmeln verloren Dankbarkeit ist eine Sache Aber es hat Milliarden Ausdrücke Und wie sollen wir uns an Gott erinnern? In so which form is best? Jede Form ist gut Wenn du im Kindergarten bist Kannst du nicht wie in der Universität an Gott denkst Dankbarkeit ist nur eins Dankbarkeit ist nur eins Für Gott Aber das Ergebnis kann unterschiedlich sein Je nach Person Wenn ihr also weint Dann ist das wieder eine andere Dankbarkeit Eine andere Dankbarkeit Und dann möchte euer Geist nicht mehr mit euch sein Euer Geist möchte wegfliegen Es gibt eine Dankbarkeit, aber viele Ergebnisse Und ihr müsst diese Dinge erfahren Und zwar selber Und herausfinden, was ist das Beste für euch? Ja, danke schön Bitte, noch jemand? Nur eine Sache, die ihr tun sollt Wenn ich spreche Ja, dann sprecht nicht miteinander über andere sinnlose Dinge Ja, bitte Das ist so wertvoll hier Und wenn ihr miteinander über irgendwelche andere Sachen nachdenkt Ich denke nicht, dass Gott euch respektieren wird Oder dass Gott euch nahe kommen wird Gott wird euch wieder in eure alte Welt zurückgehen lassen Also bitte, nehmt diese Zeit hier, dass ihr in ihr Herzen kommt Hört mir also hier aus eurem Herzen vorsichtig zu Und dann fliegt direkt zu dieser ewigen Sonne Und dann fliegt zu Gott, meine ich Und deswegen hasse ich es, wenn ich Seminar gebe und die Leute reden miteinander Das war auch das gleiche Problem in Pakistan Die Leute reden miteinander Und ich spreche Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe sie einfach verlassen Ich habe gesagt, keinem will mir haben Nimm also diese zwei Stunden hier, hier euer Bewusstsein, eure Emotionen sollten alle nur auf Gott sein Nicht miteinander quatschen Viele Male in Pakistan bin ich so müde geworden, dass ich sie verlassen habe Sie kennen nicht den Wert Gottes Bitte, ihr könnt jetzt Fragen stellen Noch eine halbe Stunde Bin ich jetzt auf Sendung? Ja Meine Frage ist Der Nachteil der meisten Menschen ist ja, dass wir keine Erinnerung an Gott haben Zumindest nicht wirklich für uns Menschen Verständlich Ich vergleiche das auch so, dass ich mir vorstelle Wenn man einen Mann fragt Wie fühlt es sich an, wenn ein Baby, ein ungeborenes Baby in deinem Bauch trampelt Kann der Mann das ja auch nicht wissen, weil er es nicht erfahren hat Und das Thema ist für mich immer Wie kann ich mich an Gott erinnern, wenn ich keine Erinnerung habe? Ich kann mich an Liebe erinnern Ich habe innere Gefühle vielleicht Aber so wie du Du hast ihn gesehen und bist ihm begegnet Das ist einfach eine andere Liga, eine andere Hausnummer Und ja, reicht es, Gedanken zu haben Aus Dankbarkeit, aus Liebe Und ja, dass man sich gedanklich zu ihm weht Ja, gute Frage She was asking, how can you remember God If you don't have any memories of him I can think about many other things But if I don't have any memory about God I cannot remember him But you said we should remember him So how can we do that? She said, when I'm pregnant Yeah, when I'm pregnant Man cannot Man cannot understand how it is to be pregnant When you say, remember God You met God You remember God But I did not meet God I cannot remember God So how can I experience the same things you experienced? Did I by born meet God? Habe ich mit meiner Geburt schon Gott getroffen? Oder war das ein Prozess? Ich wurde in einem islamischen Land geboren Ich wurde im Sophismus geboren Ich wurde im Hinduismus geboren Ich wurde im Buddhismus geboren Denn das war Indien Viele Religionen existierten dort Auch das Christentum Und so gebe ich dir einen sehr schönen Schlüssel Den ich benutze und den kannst auch du benutzen Was ich benutzt habe, kannst auch du benutzen Schon in sehr frühen Stadien meines Lebens Ich wusste, dass viele Religionen existieren Mein Vater war Hindu Meine Mutter war Muslim Da war der Buddhismus Viele Religionen waren dort Und der Sophismus Aber ich sagte Meine Schlüssel zu benutzen Wie weit werde ich da gehen? Und so könnt ihr sie auch benutzen Eure Schlüssel Denn ihr habt alle die Schlüssel, die ich habe Und ich sage, also besser ist es Dass ich nicht meine eigene Schlüssel benutze Ich frage Gott Aber die Engel Aber die Religionen haben zu mir gesagt Du kannst Gott nicht treffen Ihr könnt sie durch Buddha treffen Durch Mohammed Durch Jesus Durch die Sufis Aber ihr könnt nicht einfach zu Gott springen Aber ich habe zu Gott gesagt Wenn du der Schöpfer bist Dann führe mich Wie soll ich mich an dich erinnern? Wie soll ich dich kennenlernen? Und das ist der Schlüssel, den ihr auch benutzen könnt Den könnt ihr auch benutzen Ich war so überrascht Ein paar Stunden später war da schon bereits die Antwort Ich glaube, Gott war überrascht Dass dieser Junge Direkt fragt Und ich sagte zu Gott Was soll ich tun? Soll ich am Buddha hängenbleiben? Muslim Mohammed An Mohammed hängenbleiben? Sufis An den Sufis Christen An den Christen Sag du es mir Diesen Schlüssel, den ich habe Den habt ihr auch Ihr alle habt den Also bitte Wenn du also ein lebendiger Gott dieser Schöpfung bist Dann sagt Dann betet Sollt ihr beten zu Gott Dann sagt mir, wie ich anfangen soll Und ein paar Stunden später Hat Gott mir geantwortet, wie eine Mutter ihrem Kind antwortet Gott sagte Bete Dass meine Liebe in dir verbleibt Dass meine Liebe sich in jedes deiner Instrumente niederlässt Und dieser Schlüssel ist wie bei Experimenten sehr erfolgreich Und so könnt ihr auch diesen Schlüssel benutzen Und Gott fragen Vater Was ist das Beste für mich? Du bist der Schöpfer Du bist kein toter Gott Und jetzt, weil ich diesen Schlüssel gefunden habe Betet also, dass diese Liebe auch in euch sich niederlässt Aber ihr müsst ernst sein Alle eure Schlüssel müssen sich in einem Punkt treffen Und dann werdet ihr euch erinnern Und dann werdet ihr erfahren Gott ist kein komplizierter Gott Gott ist ein lebendiger Gott Und dann wenn als Kind Prophet Atar fragt Er war ein Muslim Er hat immer die ganze Zeit Mit dem Islam gefolgt 100% Aber als er mehr wissen wollte Hat Gott die Erlaubnis von Mohammed gebraucht Um zu ihm zu kommen? Oder braucht ihr die Erlaubnis von Jesus? Nein So wie ich also angefangen habe Könnt ihr also auch anfangen Ich sehe da kein Problem Aber eure Ernsthaftigkeit Und all die Schlüssel Über die ich in diesem Vortrag gesprochen habe Die müsst ihr in einen Treffpunkt bringen Und dann werdet ihr Nie vergessen Ihr müsst nicht überall auf der Welt herumrennen Wenn jemand die Schlüssel entdeckt Wir können nicht sagen Oh, du hast einen besonderen Schlüssel Alle Schlüsse, die ihr habt, habe ich auch Da gibt es keinen Unterschied Gott hat keinen Unterschied gemacht Versucht es einfach Und ihr werdet es nie vergessen Frau Anette Ja, Frau Anette Sie sagt ja Dankeschön Dankeschön Dann fehlte es mir bis jetzt wahrscheinlich immer An der Ja An der absoluten Hingabe Weil dieses Gebet Das er mein Herz Nach seinem Herzen bildet Kenne ich schon viele Jahre Aber Ich bleibe am Ball Du bleib dein Elisabeth bleib Ere teine 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 Ja, jeder bleibt an seinem eigenen Ball Aber Aber wenn Gott einen Propheten oder Messias schickt Dann sagt Gott, das ist nicht deins und meins Du nimmst das einfach Und das ist dann alles universell Was meins sein kann, das kann auch deins sein Wir kämpfen immer noch in Religion Das ist meine Wahrheit Das ist deine Wahrheit Die Wahrheit gehört zu niemandem Die gehört zum Universalen Die Religion kam jetzt Wie können sie also sagen, das ist meine Wahrheit Das ist deine Wahrheit Das hat schon wieder Wind davor existiert Wir sind also sehr engstirnig geworden Ja Ja, noch jemand? 15 Minuten ist noch übrig Elisabeth 15 Minuten 15 Minuten Ja, bitte Fragt Der Prophet Moses war derjenige, der genannt hat Viele Propheten haben gesagt Viele Propheten haben gesagt, keine Fragen zu stellen Aber ich sage, stellt Fragen Fragt Und ich gebe euch eine Garantie Wenn ich sterbe Wenn ihr zu meinem Friedhof kommt Und mich mit ganzem Herzen fragt Dann werde ich in eure Träume kommen Und ich werde euch auch dort Vorträge geben Dafür gebe ich euch die Garantie Ich werde euch nicht alleine lassen In diesem Fall bin ich wie ein böser Geist Ich werde euch viele Male aufbecken Ihr werdet sagen, ach, was war das? Am nächsten Tag werden die sagen, ach, der Messias hat mich nicht schlafen lassen Ich werde immer da sein Ihr ruft einfach meinen Namen Und ich werde da sein Ich bin kein toter Geist Ich bin ein lebendiger Geist Glaub nicht, dass wenn ihr tot seid, dass ich fertig mit euch bin Wenn ich bin tot, ich bin fertig Und die Beziehung ist fertig Das geht nicht weiter Meine Beziehung geht weiter Meine Beziehung geht weiter Über den Tod hinaus Und ich schwöre euch Wenn ihr mich sehr ernst anruft Dann werde ich euch nicht schlafen lassen Alle drei Jahre werde ich kommen Bis ihr sagt, es ist besser, wenn ich nicht mehr zum Friedhof von dem Messias gehe Jedes Mal, wenn ich dort hingehe, ist dann der ganze Monat hinter mir Ich würde mich nicht verlassen Also bitte, bitte, fragt Ja, Silvana Silvana Können wir das nicht schon jetzt auch machen? Sie möchte jetzt schon zu seinem Friedhof gehen und beten? Nein 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 Ich lebe und du möchtest meine Friedhof? Nein Nein, das ist nassens Das war nicht meine Frage Was ist es? Ja, sie hat gesagt, können wir das nicht jetzt schon machen? Ich habe nur ihre Frage in Kontakt zu sagen Okay Okay Dann habe ich die Frage Ich habe einige Fragen zum Körper Weil das Körper ist auch wichtig Ja Ja Die erste Frage ist Ist unser Körper verbunden mit der Erde? Mit der Natur? Mit der Erde, sagt sie In welchem Fall? In welcher Hinsicht? Dann nehme ich die andere Frage Ich habe gesehen Ist es möglich, dass wir Is it possible That our spirit Is not in the right connection With our body? Kann es sein, dass unser Geist Nicht in richtiger Verbindung Mit unserem Körper ist? Das war dieser Vortrag Zwei Stunden, Silvana Yes Okay Okay Ja Ja Thank you And I'm working I'm studying Yes Anyway We will meet again Wir werden uns ja sowieso wieder treffen Yes Bald Bald schon wieder Schreib all deine Fragen auf, Silvana This is a lecture for Two of our means How our body Our mind Our universe How this thing Has to be meeting Dieser Vortrag von zwei Stunden War über Wie unser Körper Wie unser Verstand Wie alle diese Schlüsse Sich in einen Treffpunkt treffen können Ja Ja Treffen können Ja Nur unser Körper Hat eine kurze Reise Aber unser Körper kann uns etwas geben Was sehr, sehr wertvoll ist Der Moment, in dem unser Körper weiß Dass er nicht sterben wird Aber eine neue, sondern eine neue Form annimmt Dann wird der Körper das Objekt für alle anderen Instrumente Ja Bitte, bitte Noch jemand? Ich hätte noch eine Frage Ja, Silke Aber passt jetzt nicht zu dem Vortrag heute Aber Haben Hiob und Lucifer sich in der geistigen Welt getroffen? Hiob, ja, der Prophet Did Job and Lucifer meet in the spiritual world? Nein Nein She has told him a question Der Prophet Hiob Prophet Job? Ja Silke, meinst du Prophet Job? Der, der gelitten hat? Ja, genau Ja Ja Ja, der hat Lucifer getroffen Wir Auch wir haben uns getroffen Ja, wir haben uns Wir drei haben uns getroffen Alle geistigen Welt haben Lucifer getroffen Wir alle haben ihn getroffen Viele Male In der geistigen Welt Und Job hat ihn auch hier auf Erden bereits getroffen Als er getestet wurde Ja Ja Aber in der geistigen Welt treffen wir alle Uns miteinander War das deine Frage? Ja Ja, okay Ja 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 Noch jemand? Ja, bitte Ja, bitte Wie ist das, wenn Also wie bringen wir alle Instrumente in einen Treffpunkt zusammen? To our lecture I gave you Da habe ich doch jetzt zwei Stunden einen Vortrag drüber gegeben Okay, ja, aber konkret That was konkret Das war auch konkret Okay, gut I don't know Somebody was sleeping Ich weiß nicht, ob jemand Ich weiß nicht, ob jemand Ich habe das schon realisiert Aber ich wollte nur noch mal so fragen Okay, gut If two of our lectures was one by one One, two, three, four One by one Ich glaube, wenn du noch mal nachhörst Dann wirst du deine Antwort bekommen Du solltest noch mal hören Ja Werde ich machen Wird hochgeladen Dann noch mal zu einem anderen Zeitpunkt Ich habe dir total das erklärt, oder? Wie man Gott trifft Wie deine Instrumente zusammenkommen Bitte hör noch einmal Zwei mal Zwei mal, drei mal Zwei mal, drei mal Zwei mal, sechs mal Bis du das realisierst Das war sehr konkret Das war sehr konkret Ja, Christian Wenn man zum Beispiel Lucifer jetzt nicht kennenlernen möchte Wenn man die böse Welt nicht kennenlernen möchte Kann man dann auch ziemlich vorankommen in der geistigen Welt Zahid Zahid, du hast ja zum Beispiel auch die dunkle Seite kennengelernt Aber wenn man das ablehnt Das ist auch okay Wenn man das für immer ablehnt On your spiritual journeys If you say I don't want to meet Lucifer I don't want to meet Evil side at all Can you still travel On the spiritual world Still develop Wenn du sie nicht treffen möchtest Dann ist das okay Aber wenn du für den Willen Gottes gehst Dann wollen sie dich gerne treffen Ja, die wollen dich selber von selber besuchen Ob du das willst oder nicht Vielleicht kannst du sagen Ich will das nicht Aber sie werden sagen Du bist sehr interessant für mich Ich möchte dich treffen Ich möchte Lucifer nicht im Wald treffen Aber weil ich für den Willen Gottes gestanden habe Was Gott offenbaren wird Lucifer kam von selber zu mir Und Lucifer sagt Ich möchte dich nicht treffen Ich will dich nicht treffen Und ich sagte Lucifer Ich möchte dich nicht treffen Aber Lucifer sagt Aber ich möchte dich treffen Und ich sagte Die ganze Welt ist doch in deinen Händen Amerika, Russland, unsere Welt Die ganze Welt gehört doch schon zu dir Er sagte, ja Aber ich möchte hier wissen Was Gott dir offenbaren möchte Über die Welt werde ich mich später kümmern Die gehört sowieso zu mir Aber was hier herauskommt Es ist also so Wenn du Feuer in deine Hand nimmst Aber gleichzeitig wünschst du dir Dass deine Hand nicht brennt Wenn du also für den Willen Gottes gehst Dann bist du immer ein sehr interessanter Kandidat Und Lucifer sagt Lass uns jetzt zu ihm gehen Niemand möchte Lucifer treffen Aber heute ist es anders Er möchte kommen, um mich zu treffen Aber mit einer anderen Motivation Er möchte zurück Als er nach dem Titel Morgenstern trug Das ist etwas Neues Davor hat er dich getroffen Um dir einen Schlag zu geben Deine Mission zu zerstören Von vielen Propheten wurde die Mission zerstört Aber jetzt wird es anders sein Wenn ihr den Willen Gottes tun werdet Dann werden sie denken Er wird denken Was kann ich für diese Person tun Damit er mein Instrument sein kann Damit ich zurück zu Gott gehen kann Da hat sich also etwas geändert Das ist also gut Jetzt ist gut Davor nicht Ist das okay Christian? Ja okay, danke Wir haben noch zwei Minuten Okay Zwei Minuten Zwei Minuten also beten wir Ja Ich habe keine Frage Ich wollte gerne nur eine Bestätigung geben Ich habe gestern einen Vortrag von Peter Denk gehört Der sehr umgeben ist mit hellsichtigen Menschen auch Und er sagte Letztes Jahr kam die Botschaft rein Dass Satan erlöst ist Das fand ich schon sehr imposant Dass also auch andere Die in dem Sinne nicht mit ihr unterwegs sind Diese Informationen bekommen haben Das Dank Also jetzt Sie wissen natürlich nicht dank deiner Hilfe Aber dass auf jeden Fall Satan Nicht mehr Quasi Auf dem bösen Weg ist Das ist unglaublich Aber lass mich dir sagen Viele Menschen werden diese Zeichen kennenlernen Aber Wenn sie mehr Details herausfinden möchten Werden sie zu unserem Büchern kommen So werden sie dann viel Informationen herausfinden Das ist also auch ein Zeugnis für mich Dass Lutz war zurück in Leichter Als ein Morgenstern Ja bitte Schnell, schnell, schnell No You have time Not for five minutes Elisabeth wird sauer Nein, das ist nicht wahr Stimmt nicht Erzähl sowas nicht Ich möchte immer viel von Gott hören Kann man kurz beten? Kann man kurz beten? Geht das? Geht das? Dann beende ich das Und dann kannst du beten Von mir aus Zehn Minuten und eine Viertelstunde Ich bete Das Gebet mit Zeit 1.10.2023 Most beloved heavenly Father Meist geliebter hemmlischer Vater Give us one new heart Gib uns ein neues Herz Einen neuen Verstand Ein neues universelles Bewusstsein Ein Gewissen Ein Herz Von unserem Geist Wenn wir nach etwas Neuem fragen Dann ist das etwas Was nicht mit der alten Welt Zu tun hat Was mit der neuen Welt Zu tun Jesus hat gesagt Jesus hat gesagt Wenn jemand eine Reise Für das Königreich Gottes antritt Dann soll er nicht zurückschauen Das bedeutet Das bedeutet Wenn er zurückschaut Dann möchte er wieder zurück in seine alte Welt Und der Wille Gottes Dort sagte Jesus Dort sagte Jesus schon Dass das eine neue Reise Antritt Ich bitte auch Ich bitte auch Dass Jesus Meiner Vorträge Jedes Mitglied Diesen Vortrag In Stille zuhört Vielleicht wird das mehr Zur Realisation führen Ich weiß Himmelscher Vater Später werden auch All meine Vorträge In den Büchern Aufgenommen werden Es wird also Viele tausende Bücher geben In diesem Fall Hinterlasse ich Viele Besitztümer der Liebe Erben der jungen Generation Erbstücke für die junge Generation Sie werden sehr dankbar sein Dass der Messias so viel Informationen Über Gott gelassen hat Dagelassen hat Unser Leben Vater Wird nie vollendet sein Ohne deine Liebe Und ich bete Dass bei unseren Mitgliedern Es mehr Propheten geben soll Dass es mehr Propheten gibt Das wird eine einfache Reise für mich Denn dann können andere meine Last tragen Und auf dem kürzesten Weg Können wir das Königreich Gottes errichten Gottes Liebe Wenn ein Individuum diese Liebe haben wird Er wird diese Liebestradition An die Familie weitergeben Und dann wird die Familie Diese Liebe an die Gesellschaft weitergeben Und so die Nation Und so die Welt Und wir werden eine lebendige Beziehung mit Gott haben Das ist eine Frage der Zeit Und das ist, was Gott sagt Gott sagt, das, was du offenbart hast Das ist mehr als genug Um das Königreich von Gottes Herz zu errichten Das tröstet mein Herz Aber unbedingt will ich mehr tun Und ich bin mir sehr sicher, dass Bevor ich von dieser Erde gehe Dass Gott mir noch die Möglichkeit dazu geben wird Dass ich weltweit reisen kann Um Gottes Liebe zu bezeugen Ich bin bereits in vielen Ländern gereist Und habe viele, viele Vorträge gegeben Aber in vielen dieser Orte Wollten die Leute noch horizontale Dinge hören Es gab viele Zuhörerschaften Aber sie wollten über Religion hören Über den Islam Aber nicht über Gott Der tiefe Wunsch ist also Dass eines Tages Solch ein Wind Weht Dass viele, viele Tausende von Menschen Gott kennenlernen möchten Das bete ich Im Namen meines geliebten Gottes Nur im Namen meiner wahren Eltern Die mein Gott sind Und im Namen von Gottes Herz Und im Namen von Gottes Liebe Und im Namen von Gottes Herz Amen Amen Okay